Hallo, hier ist Bibeltunes und die Staffel Bibel lesen mit Detlef. In dieser letzten Episode unserer Staffel Bibel lesen möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du dein Bibellesen in Zukunft trainieren kannst. Und zwar, indem ich dir fünf Bücher vorstelle, die dir helfen, deine Bibellesekompetenz deutlich zu erweitern. Alle Tipps und die entsprechenden Bücher findest du wie immer in den Shownotes unter dieser Podcast Episode und da kannst du dir dann das auswählen, was dir gefällt. Als erstes möchte ich dir die Bible Journals vom ICF München vorstellen. Meine Freunde Tobias Theichen und Christopher Henschel haben da so richtig einen rausgehauen. Das kann man nicht anders sagen. Ein Bible Journal zum Alten Testament und zum Neuen Testament. Ich habe die beiden Bücher hier liegen. Sie sind wunderbar eingebunden, genial produziert, designtechnisch auf dem höchsten Stand, didaktisch gut, inhaltlich. Natürlich der Hammer, weil du findest dort tolle Anleitungen, tolle Fragen, tolle Vertiefungen, tolle Podcast Episoden, tolle Verlinkungen auch mit Bible Project, auch mit Bible Tunes und mit anderen guten Produkten. Und diese Bible Journals helfen dir bei der täglichen Bibellese, um einzutauchen in die Bibel. Ich lese dir mal den Intro Text vor. Warum ein Bible Journal? Da heißt es, du hast Hunger nach Gottes Wort, aber es fällt dir schwer, die Bibel zu lesen? Findest du die Bibel auch manchmal langweilig oder hast du schon mal versucht, die Bibel komplett durchzulesen, wusstest aber nicht, wo du anfangen solltest, was die Zusammenhänge sind und wie du konkret an die Bibeltexte herangehen kannst? Dann bist du hier genau richtig. Das Bible Journal macht genau das erlebbar. Es schafft einen Zugang zur Bibel und macht die Bibel zu einem lebendigen und für nicht relevanten Buch. Du wirst den roten Faden der Bibel erkennen und erleben, dass sie noch viel tiefer geht, als du es jemals für möglich gehalten hast. Die Bibel wird dich neu motivieren, Gott besser kennenzulernen und dein Leben auf seinem Wort als Fundament zu bauen. Und was soll ich sagen? Genau das, was hier versprochen wird, liefern die Bible Journals. Sie sind mittlerweile schon in der zweiten Auflage und du kannst sie direkt im Shop von ICF München bestellen. Jetzt kommen wir zum nächsten Buch. 99 Ideen fürs Bibellesen von Tabea Tacke und Ulrich Wendel. Und wir gehen jetzt mal so vor. Was ist die Zielgruppe hier? Menschen, die kurze und kreative Methoden zum Bibellesen suchen. Schwerpunkt Ideensammlung von 99 Methoden, um die Bibel zu lesen. Da wirst du bestimmt für dich ein paar gute Methoden finden. In diesem kleinen handlichen Buch findest du knapp skizzierte Tipps und dadurch ist das Ganze schnell lesbar und übersichtlich und der kurze, schnelle Weg zu deinem Bibelleseerfolg. Dieses Buch ist also geeignet für alle, die ihr Bibellesen mal ein bisschen auffrischen wollen und du findest dort auch super Methoden für Kleingruppen oder sogar auch für Schulklassen. Als nächstes haben wir hier das Buch Die Bibel um Armen von Keith Ferrin. SCM Verlag erschienen. Zehn Tipps für inspirierende Zeiten mit Gottes Wort. Das ist für Menschen, für die das Bibellesen bisher immer nur so eine lästige Christenpflicht war, aber kein Genuss. Zehn praktische Tipps, um sich die Bibel neu zu erschließen und ein unverkrampftes Bibellesen anzugehen. Die Besonderheit ist, dass es ein klassisch amerikanischer Schreibstil ist, im Plauderton geschrieben. Nach jedem Tipp gibt es Gesprächsimpulse, Fragen, um sich in kleinen Gruppen darüber austauschen zu können. Und du findest sogar einen Bibelleseplan zum Ankreuzen. Also dieses Buch ist für Christen, die sich schwer tun, einen Zugang zur Bibel zu finden. Es ist sehr gut für Gruppen und Hauskreise geeignet. Der nächste Buchtipp ist ganz einfach Bibel von Eva Smutny. Neu eintauchen und Gott begegnen aus dem Neufeld Verlag. Das ist für Menschen, die einen neuen, ganz niederschwelligen Zugang zur Bibel suchen. Bibel ganz einfach. Im ganzen Buch geht es um eine Analogie des Waldes. Wege finden, zum Jäger und Sammler werden. Es geht auch um Klima und Flora und Fauna verstehen. Wurzeln erkunden. Also so ganz im Naturbild kannst du hier eintauchen. Es gibt 20 kreative und praktische Wege, um die Bibel zu entdecken und sich anzueignen. Das ist also definitiv für Menschen, die die Natur lieben, die experimentierfreudig sind, ganz im Sinne unseres Bibelexperiments und die der Bibel einfach nochmal eine Chance geben wollen. Und an dieser Stelle möchte ich kurz sagen, vielleicht fällt dir ja eine Person ein in deinem Umfeld, für die dieses oder ein anderes Buch geeignet ist. Dann kannst du diese Tipps gerne weitergeben und andere zum Bibellesen motivieren. Das letzte Buch, das ich dir heute vorstellen möchte, ist Gottes Wort im Menschenwort von Markus Heide und Fabian Mederacker. Das sind die Herausgeber. Die Bibel lesen, verstehen und auslegen. Ein Praxisbuch auch aus dem Neufeld Verlag. Und das ist für Menschen, die tiefer und systematischer die Bibel erforschen und verstehen wollen. Es geht da um Bonhoeffer, Moderson, Hamann, Luther. Wie gehen Theologen an die Bibel ran? Es geht um Hermeneutik, ein fantastischer, Artikel von Professor Hans-Jörg Eckstein. Vom Umgang mit der Bibel, die Autorität der Bibel, Textarten. Alles, was wir hier in dieser Bibellesestaffel auch schon mal angerissen und angesprochen haben, kann hier vertieft werden. Von den Texten zum Handeln ist ein weiterer Artikel. Vom Text zum Entscheiden, aber auch Bibelleseplan und Lesezeichen zu verschiedenen Textarten. Also das ist geeignet für leseaffine Menschen, die Lust auf intellektuelle Auseinandersetzung auf ein echtes, vertieftes Bibelstudium haben. Und so ist es kein Wunder, dass dieses Buch auch in Zusammenarbeit mit der Studentenmission Deutschland für den Hochschulbereich herausgegeben wurde. Vielleicht ist ja das für dich ein bisschen mehr graben, ein bisschen mehr studieren und vertieft dich mit der Bibel auseinandersetzen. So, ich denke, da ist auf alle Fälle etwas für dich dabei gewesen. Ich möchte gerne am Ende dieser Bibellesestaffel denjenigen zu Wort kommen lassen, der von sich sagt, ich bin das Wort. Ich bin das lebendige, ewige Wort. Denn es ging die ganze Zeit um ihn. Er ist der Grund, warum wir die Bibel lesen. Und wir wollen uns am Ende nochmal ausrichten auf ihn, den Fokus auf Jesus setzen. Und ich habe einen Text aus Johannes Kapitel 6. Den haben wir bis jetzt noch nicht gelesen. In all diesen Episoden ist das jetzt der krönende Abschluss. Vers 67 fragt Jesus seine 12 Jünger. Wollt ihr etwa auch weggehen? Das fragte er, weil er eine Predigt gehalten hat und die Zuhörerinnen und Zuhörer waren nicht alle begeistert und viele haben sich von Jesus abgewandt. Und jetzt antwortet Petrus diese weltbekannte und so wichtige Antwort. Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Ich hoffe und wünsche mir von Herzen, dass du diese Erkenntnis nach dieser Bibellesestaffel auch für dich gewonnen hast. Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich glaube und habe erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. Dann hast du das Wichtigste, was beim Bibellesen passieren muss, für dich ergriffen. So, und jetzt sind wir am Ende unserer Episode angelangt, am Ende unserer Bibellesestaffel. Wenn du noch abschließende Feedbacks hast, gerne an biblexperiment.bibletunes.de schreiben. Und dann ermutige ich dich, dass du mit dem Bibellesen weitermachst oder dass du jetzt startest und dass du auch andere motivierst, indem du diese Staffel teilst, anderen empfiehlst. Und da möchte ich dir noch sagen, ich habe vor, mit meinem Team von Bibletunes ein Buch zum Thema Bibellesen im Jahr 2025 zu veröffentlichen. Und diese Staffel wird ein Hauptbestandteil dieses Buches sein. Darauf kannst du dich schon mal freuen. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine Bitte an dich. Diese ganze Arbeit von Bibletunes trägt sich durch Spenden. Und wenn dir diese Staffel geistlich etwas gebracht hat, wenn es dich motiviert hat, wenn du ermutigt wurdest, dann überleg dir doch jetzt, was du uns zurückgeben kannst. Vielleicht bist du schon ein Spender oder eine Spenderin, dann mach bitte weiter damit und unterstütze diese Arbeit. Aber vielleicht sagst du ja auch, hey, ich habe Bibletunes eigentlich noch nie etwas zurückgeben können. Aber diesmal möchte ich das wirklich tun. Dafür danke ich dir sehr. Sei reich gesegnet.